Muzi Mabuse, Schatten über ihrem Eheglück. Überraschend beichtet die Tänzerin, dass zu Hause die Erotik fehlt. Wenn man Kinder hat, verändert sich das Liebesleben. Plötzlich stehen die lieben Kleinen und somit andere Bedürfnisse im Vordergrund. Eine Situation, die auch Muzi Mabuse, 40, und ihr Mann Evgeni Fotznyuk, 40, kennen. Ganz offen spricht die Lesdance-Jurorin nun über die fehlende Erotik in ihrer Ehe, die einen großen Schatten auf das Glück des Paares wirft. Wir hatten wundervolle Jahre vorher, in denen wir viel Spaß hatten und alles gemacht haben. Aber jetzt sind für uns gerade andere Sachen wichtiger, so antwortet die Mutter einer Tochter, 3, im Interview auf die Frage nach der Sinnlichkeit. Ein Satz, den viele Eltern wohl nachvollziehen können, der aber auch nachdenklich macht. Denn auf Dauer kann ein unerfülltes Liebesleben zu einem Bruch in der Ehe führen, weil sich einer von beiden irgendwann vernachlässigt fühlt. Doch was können Muzi und Evgeni dagegen tun? Experten raten, sich regelmäßige Auszeiten zu nehmen, sogenannte Date Nights zu organisieren. Abende, in denen sich verliebte Zeit für Zweisamkeit nehmen, um die alte Leidenschaft neu zu entfachen und sich nur auf sich zu besinnen. Denn trotz des Familienglücks ist es wichtig, sich nie als Paar zu verlieren. Und dann, wenn man die Leidenschaft neu verliebte Zeit für Zweisamkeit nehmen, um die Leidenschaft neu zu verliebten,